Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt. Wir haben uns vor einiger Zeit das etwas andere Spiel Just Die Already angeschaut. In diesem Game spielen wir eine Gruppe Rentner, die erstmal aus dem Altersheim ausbrechen und sich dann in der Stadt austoben. Wir haben sehr viel gelacht, weil das Spiel einfach verrückt ist. Wir wünschen euch jetzt also ganz viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, wir tun uns weh. Ähm, ich glaube, ich liege da gerade schlafend. Ja, du liegst da schlafend. Aber ich habe keinen Sound. Jetzt habe ich Sound. Ach. Okay, das war ein bisschen wirre jetzt gerade, wie wir einsetzen. Moin, Adi, Taker. Adi hat schon wieder Bock. Der sieht schon wieder, was es für ein Spiel ist. Ja. Mal ein bisschen lauter machen. Weil ich beneebe ich hier die ganze Zeit. Und weißt du, kaum sind die jungen Leute da, wirfst du dir dein Ding. Äh, äh, ich muss erst mal aus dem Bett raus. Äh, äh, warum roll ich ja hier so rum? Leute, was ist das Wölsch? Was hast du gedrückt? Ich habe alles gedrückt. Aua. Lass mich jetzt mal ausstellen. Ah, hallo, hallo, hallo. Voll geil, es trifft all das Heim. Ja, was da mache ich denn hier? Hallo, ich dance gerade. Äh, äh, äh. Ähm, ich mach mal die Sachen los. Äh, äh, mich, du warst irgendwie... Oh, was? Das ist nicht gesucht. Du hast doch alles verloren. Oh, gut, dass ich ein Rollator habe. Hilfe. Ich will... Hast du gerade mein Bein angehoben? Äh, ja. Jetzt lass mich los. Äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Was ist denn mit dir? Äh. Äh, äh. Okay, wir haben noch nicht... Äh, äh, äh. Was ist das? Äh, äh, äh. Ich hab noch nicht mal angef... Wir haben noch nicht mal gesagt, was wir eigentlich spielen und... ...haben uns schon vollkommen auf dem Haus auf dem hier. Nein, nicht noch meine andere Hand. Aua. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. ich habe meine hüfte ausgerenkt die wichtigste taste ich weiß nicht was aber es gibt einen dass du mit dem mann das ist patrick ja den könnten wir rausfinden aber wir müssen ja auch wenn uns überprüfen so mich genau auf nords teilen zu bestehen die du in der hand hast gut einer von euch beiden hält den anderen fest das müsstet ihr mal los was ist jetzt eigentlich hier die aufgabe das ist eine bärenfalle also diese tür sollte ich irgendwo sein also es gibt irgendwo einen goldenen schlüssel mit dem können wir die tür es könnte sein dass ich irgendwie eine bärenfalle an meiner hand habe kann mir helfen patrick legt die eine hand ich glaube wir haben einen goldenen schlüssel das bin ich hast du mir gerade wieder was abgerissen wie bist du rausgekommen ich habe die tür aufgemacht mit dem schlüssel ich glaube wir sollten zusammen spielen guck mal da draußen links in der einen schublade ich gehe mit meinem volat hier ist eine kiste Blut! Au! Ah! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute, aber Ruhe im Puff! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geh mal auf die Matratze! Nick! Warum? Was bist du denn da? Oh, was bist du denn? Was zur Hülle! Vielleicht kannst du doch laufen! Das ist kein Oberkörper mehr! Oh mein Gott! Was machst du denn, Alter? Was zur Hülle! Michael, das tut mir leid, aber ich glaube, du musst... Oh! Diesmal hab ich nicht zugeschlagen! Das war automatisch! Ich geh mal in die Waschmaschine! Oh Gott! Ey, wie kommen wir nie raus? Was? Was? Oh Gott! Ich bin ausgerutscht! Ich rutscht auf die Hut aus! Aua! Ich hab das noch nicht so unter Kontrolle! Ich hab das noch nicht so unter Kontrolle! Bist du das hier? Nein! Nein! Ich wurde gerade zerhackstückelt! Boah! Ich bin grad doch gespielt! Aber... Aber... Aber ich hab... Ich hab die Holzplatte aufgegeben! Sie sollte nicht an mich ziehen! Ich hab ne Hacks in der Hand! Aber warum? Wie? Warum? Weil ich sie gefunden hab! Hier, guck mal! Was ist denn das hier? Ah! Was ist denn das? Wie kann man denn da drücken? Das hätte ich noch nicht ganz verstanden! Oh! Wenn ich jetzt springe, was passiert dann? Oh! Also das Spiel heißt Just Die Already und es geht um! Man spielt alte Leute, von denen die Gesellschaft... ... will sie endlich sterben! So ungefähr! Ah! Da ist ein Furzkisten! Ah! Oh! Ja, ich hab's aktiviert, das Furzkisten! Sag mal! Oh mein Gott! Was passiert? Ich hab den Schalter aktiviert! Oh! Oh! Ich bin hingefallen! Alter hier ist schon so viel Blut! Ein kurzes Stück! Ey, was ich so meins! Ich bin ein Nackt! Ähm! Äh! Was macht ihr denn da? Ich komm hier nicht raus! Äh! Sehr viel... Sehr viel Blut in den Weg! Äh! Ja gut! Äh! Äh! Okay! Oma! Wollen wir? Jo! Elvis! Verschwinde! Du hörst jetzt! Achso! Oh Gott! Aua! Patrick kommst du? Ja warte! Ich bin grad irgendwie ausgerutscht! Ich hab noch nicht so ganz die Steuerung verstanden, was ich ähm... Ach einmal! Ach so! Ich hab ne Salami! Äh! Jetzt hör auf! Ich wollte doch gerade was trinken! Äh... Oh! 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 Oh mein Gott! Wie hast du das gemacht? Äh... Deine Wirbelsäule liegt hier! Ich würde mal vorschlagen, dass ich aus Sicherheitsgründen die Axt hier liegen lasse, oder? Ja bitte! Ja! Ich komme! Könntest du aufhören, mich mit Patricks Wirbelsäule umzubringen? Danke! Äh... Guck mal! Glückwunsch! Wir feiern hier ein Fest! Können wir uns etwas entspannen und glücklich sein? Heyyy! Au! nur schön die party nicht komm lass es tanzen geschenke öffnen ich habe mal was jetzt passiert danke für das geschenk was ist denn hier mit den leuten los was passiert ja ich war irgendwo in der und parallelwelt ich kann mich nicht mehr bewegen kann man in den ersten raum kommen ja ich sehe dich hier vor mir liegen auf jeden fall ist gerade auf dem ölfleck aus okay kannst du mich mal irgendwie umhauen also ich glaube ich bin nämlich rausgepackt aus dem spiel ja das habe ich ungefähr oh ja hier bist du soll das denn jetzt wartet mal kurz ja ich hier ist gerade eine textbox aufgepuppt hört mal auf die leute an zu quatschen hilfe okay also ich sehe dich hier okay ich muss nochmal respawn ich kann es ja noch versuchen mit überhaupt nicht mehr oder jetzt bist du die frau ist wieder der ja ja aber ich sehe euch nicht ich kann mich auch nicht bewegen ich muss mich sporen mann was war denn nochmal der code ich hab's vergessen 9 va 96 hoffentlich klappt es jetzt ja es dann ist es lauf ich weiß wir wachen gerade auf ich höre nur geschrei und was was geht denn ab leute was geht denn ab was hier los ist ehrlich gesagt hier weint jemand und hier liegen ja weil wenn du die provoziert dann rennt ihr durch die gegend ich bin aus zu den wiesbaden meiner piste erst wochen boden ach du scheiße hat mich hast du schon gemacht das weg macht das jetzt weg ja dachte ich auch gerade liegen sind dass wir dann auch eingefallen ich will nichts kaufen ja aber das war ja also es ging jetzt nicht anders mit dem code und ich dachte wir haben noch nicht das ist deswegen weiß ich keiner wollen wir rausgehen hier bisschen durch die gegend schauen sehr lange hier drin jetzt das ich den kuchen zerstöre wirft sie mich vielleicht raus aber ich bin ja der stand hier vorne und ich bin drauf gesprungen das heißt er ist schon kaputt wir gaben buchen aber macht mach mal kaputt oder wirft die die ihmchen hier ich habe ihn gegessen die hat mir mit dem finger gezeigt ich habe ich jetzt auch gelernt du musst sie ich dachte ein bisschen balance kaputt machen war das nicht so ich glaube ich habe wir wird irgendwas gebrochen aber da läuft ein timer ach so da links unten ist und ja wir säule gebrochen symbol wie kommen wir denn dann die balance die müssen wir glaube ich noch kaputt machen ich glaube balance kaputt machen und alle reizen ja wir brauchen nicht und habe zähne ich werde ganz rausgeworfen ja auch ja ja kann ich wenigstens meine axt mitnehmen und da ist ein penner hallo ich bin gerade mit dem kleinen jüngchen auf dem toilette hallo gut ist geblutet ich habe mich ja viel spaß wo geht's sie hier hin ich bin tot Aquiώνisch äh wir sind doch hier es ist noch in durch dieses ewige gespräch durch nehmen durchs gespräch also mir hat er eben jetzt erzählt wie das spiel funktioniert was passiert jetzt also jetzt eine liste von lebenszielen und wenn wir die alle erfüllt haben dann können wir uns einen neuen platz im altersheim leisten müll phoenix respawn nur eine flasche irgendwie eine seiner gliedmaßen hallo ja was gegessen ihr schlund ich glaube wir haben euch nicht zu viel versprochen was die verrücktheit in diesem game angeht wenn ihr wissen wollt was wir noch so alles anstellen werden lasst gerne ein abo da und freut euch auf das nächste video